so hallo wir machen weiter bei portal reloaded letztes mal haben wir testkammer 25 abgeschlossen und sind jetzt bereit für die wahre mission und die real mission wird ich spoiler schon mal was ich vermute habe ich auch schon im letzten part gesagt er sagte die ganze zeit irgendeine person sorgt dafür dass die zukunft so aussieht wie sie aussieht das können ja nur wir sein am ende wahrscheinlich und dann müssen wir nämlich sterben damit die zukunft nicht so aussieht wie sie aussieht so würde ich mir das in aperture science auf jeden fall vorstellen so und nicht anders wir lassen es jetzt mal durchlaufen aber ich sehe natürlich dass ich fliehen kann ich sehe natürlich dass ich fliehen kann wir lassen das mal durchlaufen das geht garantiert nicht gut die in richmond center thank you for your contribution to science you are going to achieve great things in the future and change the course of history ok es ist ein es ist ein neutrales ende es ist ein neutrales ende aber wir haben natürlich gesehen wohin es noch geht ok hätte ich gewusst dass wir jetzt credits bekommen hätte ich das in den letzten part noch reingepackt wir lassen es mal durchlaufen ich meine wir haben gesehen wohin der weg noch möglich ist und so lange werden die credits jetzt nicht sein das waren erstaunlich kurze credits ok das war es natürlich nicht ganz klar ja moin also nochmal interessanter anfang we will put you back in stasis until the day of the incident and you will be the one to prevent this vacuum tube will take you back to the long-term human storage vault you will be awoken when the time comes to use your special abilities to save this facility from its impending doom elevator to surface ja ich bin gespannt morning you are going the wrong way please be aware that escaping is not an option here you are far too important beim warum sollte man solche schilder aufstellen das war das falsche jetzt kann ich kein anderes drauf setzen das wollte ich nicht ciao wir kommen jetzt in den bereich mit dem gel ja ja ich verstehe das gel war ja auch immer also zunächst war das geht ja auch immer teil der ne quatsch es war ja teil der vergangenheit ja nevermind ich hab nix gesagt also teil der unteren kammern wollte ich sagen aber ok ja 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 also Was? Wait, keine Ge- Was? Das ist doch wieder nur ein schlechtes Ende, oder? Das ist doch safe wieder nur ein schlechtes Ende. Weiter skippen. Äh, ich lasse es mal durchlaufen, dass das alles akzeptiert annimmt. Das ist doch safe wieder nur ein schlechtes Ende. Also das ist jetzt wirklich ein schlechtes Ende, by the way. Das andere, dass man in die Kammer kommt, da stirbt man zumindest nicht. Null. Ne, 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 Freunde. Das glaube ich nicht, dass es das schon war. Okay, jetzt starten wir hier. Ich meine, ich kann hier aussteigen, aber hier aussteigen ist dumm. Ich wollte halt da runter. Ich wollte halt da runter. Aber die Frage ist... Hä, ich drücke... Hä, ich drücke... Das wollte ich nicht. Wait a moment. Oh, ich wollte gerade sagen, wir fährt man einfach da durch. Ich habe die andere Taste gedrückt, der hat automatisch ein Zeitportal gesetzt. Ich habe mich vorhin gar nicht verdrückt. Ich dachte, ich habe mich vorhin verdrückt. Aber habe ich nicht. Der schießt nur noch Zeitportale. Er schießt nur noch Zeitportale. War ist das wirklich nach Kammer25? Ich dachte, es kommt noch was. Ich habe im Trailer, habe ich doch Sachen mit Yale gesehen. Okay, ich bin irritiert. Ich bin gerade echt irritiert, ne? Oh, das wollte ich nicht. Stopp. Und wieder zurück. Was ist jetzt passiert? Wieso darf ich nicht wieder zurück? Ich bin böse irritiert. Ist das wirklich der einzige Weg? Sind das wirklich die einzigen beiden Möglichkeiten? Ich kann entweder wieder eingeschläfert werden, oder ich sterbe in der Zukunft. Nein, das glaube ich nicht. Ah! Ich meine, vorhin war ich fast durch, ne? Da habe ich das irgendwie anders getimt. Weiß halt nicht, ob ich denn... Ich weiß halt nicht... Ich verstehe, warum die anderen Portale nicht mehr funktionieren, ne? So, das... Es ist nur noch das Grüne Aktive. Ich bin sehr verwirrt. Ah, so kann ich hin und her checken. Einmal lasse ich es noch zusammenfallen, dann ziehe ich durch. Nein, das war... Nein, das haut nicht hin. Ciao! So, aber das Ding ist... Wenn ich jetzt hier bleibe, also da reingehen, bringt mich nach oben und dann ist vorbei. Ich will irgendwie nicht glauben, dass es vorbei ist. Ne? Es ist natürlich möglich. Aber ich hätte... Ich habe halt... Ich bin irritiert, weil ich im Trailer... Dachte ich, Gel gesehen zu haben. Vielleicht habe ich mich aber auch komplett geirrt. Kann natürlich auch sein. Ich glaube es aber irgendwie nicht. Aber vielleicht haben sie es auch wieder rausgenommen, die Stelle mit dem Gel. Finde ich von selbst noch was oder nicht? Ja, eigentlich Finale ist Finale. Finale ist Kammer 25, ne? Sind wir mal ganz ehrlich. Finale ist Kammer 25. Das sind die ganzen Dinger? Ja. Play Map? Select a map you want to play... Achso. Das ist kein extra. Ich wollte schon sagen, hä? Ich schätze, ich kann nichts anderes machen. Ich schätze, das war es wirklich. Ich bin halt nur echt böse irritiert wegen dem... Ich bin der Trailer. Ich bin der Trailer. In order to put you back together in the Stasis Chamber. Aber das wird ein kleiner Preis zu bezahlen, in order to help save the facility. Denkst du es als ein Sacrifice zu Science. Danke und bis zum Glück. Nee, so komme ich nicht, oder? Nee, man schafft es nicht. Man kommt nicht durch. Nee. Hier kommt ich auch nicht weg. Das ist auch nichts. Das ist dieses Ding. Das ist dieses Ding. Sehr interessant. Ich hätte jetzt echt auf G... Ja, gut. Nein, das geht nicht gut. So. Was passiert, wenn... Öh! Okay, dann wird man einfach weggesch... Weggesch... Zappt. Warning. You are going the wrong way. Ja, gut. Please be aware. Ja, gut. Äh. Hier gibt es auch nichts irgendwie an Extras oder so. Hier ist halt noch eine Schaltfläche. Ich verstehe nicht ganz, warum hier noch eine Schaltfläche ist. Aber vermutlich war es das. Mein Finale ist Finale. Ja. Ja. Ne? Okay. Ähm. Wenn ich noch was rausfinden sollte, dann kommt natürlich noch was. Aber so... Dachte ich, da kommt noch was. Bin ich etwas verwirrt? Bin ich leicht verwirrt, weil das ist jetzt ein sehr antiklimatischer letzter Part. Ja. Ja. Äh. Äh. Dann nicht. Ne? Dann sag ich danke fürs Zuschauen. Und... Tschüss. So. Ich nochmal ganz kurz aus dem Off. Ich hab mir jetzt die... Äh. Das offizielle Walkthrough angeschaut. Und, äh. Ja. Das Walkthrough geht auch bis dahin. Das heißt, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Ich hätte jetzt echt gedacht, es kommt noch was mit Gehlen. Und ich war fest davon überzeugt. Weil im Trailer dachte ich, Gehle gesehen zu haben. Hab ich mich verguckt oder haben sie es dann nicht eingebaut? Ich weiß es nicht. Wie auch immer. Das offizielle Spiel endet hier. Vielleicht gibt es ja mal ein Update. Könnte ja sein. Dann sehen wir uns wieder. Ansonsten danke ich an der Stelle fürs Zuschauen. Und sage Tschüss.